Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video wollen wir uns den Formularen nähern. Das ist eine Möglichkeit, wie ein Benutzer Daten auf einer Webseite eingeben kann. Man kennt das von allen möglichen Webseiten. Wo immer man etwas auf einer Webseite eingibt, steckt letztlich ein Formular dahinter, auch wenn das nicht immer gleich so erkennbar ist. Das wollen wir uns gleich ganz konkret direkt an einem richtigen Beispiel angucken, weil man das am besten, so glaube ich, in live sehen kann. Dafür wechsle ich wie üblich in meine Entwicklungsumgebung hinüber. Ich habe hier mal wieder etwas vorbereitet. Und zwar habe ich von meiner Vorlage-Datei, der Datei vorlage.html, zwei Kopien angefertigt. Eine habe ich formular.html genannt, die andere habe ich ausgabe.html genannt. Und auf der ersten Seite davon, auf der Formularseite, möchte ich jetzt eben ein kleines Formular erstellen. Und auf der zweiten Seite wollen wir uns dann angucken, wie wir diesen Formularwert auslesen können und auch feststellen, warum das irgendwie noch gar nicht so schön ist, was wir da eigentlich gemacht haben. Und deshalb werden wir uns dann im nächsten Video noch etwas Besseres angucken. Ich habe hier außerdem ein kleines Style-Sheet vorbereitet, einfach um einem ganzen halbwegs hübsches Aussehen zu verpassen. Das ist nicht weiter interessant für uns. Da kann man mal reingucken, wenn man lustig ist. Aber das spielt für die heutige Vorlesung eigentlich keine Rolle. Nur, dass alles nicht ganz so hässlich aussieht, als wenn wir nur einfaches HTML hier hätten. Gut, damit legen wir dann auch schon los. Wie können wir ein Formular hier einfügen in ein solches HTML-Dokument? Naja, indem wir ein neues HTML-Tag hier kennenlernen. Und das heißt Form. Damit sind wir eigentlich fast schon fertig. Naja, nicht ganz. Sondern wir müssen einem solchen Formular immer einige Dinge mitgeben. Nämlich, insbesondere sollten wir ihm zumindest mitgeben, einen Namen. Und ich nenne das Ding jetzt zum Beispiel einfach mal Eingabe. Wir geben ihm außerdem eine ID mit. Die brauchen wir im Moment noch nicht. Aber später, wenn wir mit JavaScript dann auf diese Formulare zugreifen wollen, da werden wir diese ID genau brauchen. Wir haben ja schon die Methode Document-Get-Element-By-ID kennengelernt. Und da wird uns das genau hilfreich sein. Deshalb gewöhnen wir uns das von Anfang an an, dieses Attribut mit zu vergeben. Und wir vergeben noch ein letztes Attribut für dieses Formular. Das ist auch notwendig. Und das heißt Action. Und was dann passieren soll, das ist eben die Action. Wenn das Formular abgeschickt wird, wird diese Aktion ausgeführt. Und da geben wir, so spannend wie das vielleicht klingt, dass jetzt eine große Aktion hier passieren würde. Die Aktion ist eigentlich eine ganz kleine. Es wird nämlich einfach eine HTML-Datei geladen, eine andere. Und welche das ist, geben wir hier einfach an. Und ich möchte eben in diesem Fall meine Ausgabe laden. So, und dann wissen wir schon, dass wir so ein Formular natürlich auch schließen müssen. Das Übliche, was wir mit HTML immer machen. In dieses Formular hinein können wir nun unsere einzelnen Formularelemente packen. Und ich mache es im Moment erstmal ganz einfach. Ich will nur zwei Textfelder haben, in die der Benutzer seinen Vornamen und seinen Nachnamen eingeben kann. Das ist relativ einfach. Dafür verwenden wir ein neues HTML-Element, das wir hier kennenlernen. Und dieses heißt Input. Auch das erhält mehrere Attribute. Das erste Attribut, was wir angeben müssen, ist ein Typ. Und der ist Text, weil hier eben ein Text eingegeben werden soll. Auch diesem Element geben wir einen Namen mit, sowie eine ID. Im Moment brauchen wir die ID noch nicht. Den Namen werden wir gleich sehen, warum der wichtig ist. Die ID, wie gesagt, wieder für später, wenn wir dann irgendwann mit JavaScript auf diese Elemente zugreifen wollen. Ich vergebe sowohl für den Namen wie auch die ID hier immer denselben Wert. Da könnte man auch unterschiedliche Werte nehmen. Das macht es vielleicht nur hinterher ein bisschen verwirrender. Deshalb halte ich es gerne einfach. Deshalb Name und ID sind bei mir einfach immer identisch. Immer daran denken, die ID muss eindeutig sein. Da werden wir später auch nochmal darauf zu sprechen kommen. So, und dann möchte ich ein zweites Element haben. Und das ist auch wieder ein Input-Element. Type gleich Text natürlich entsprechend auch. Und das soll nun den Nachnamen enthalten. So, und damit haben wir im Prinzip unser Formular schon fertig. Ich kann das hier einmal drüben laden. Und jetzt sieht das so aus. Das ist natürlich nicht schön. Ich habe zwar ein bisschen Layout gemacht, hier mit einem blassblauen Hintergrund. Aber insgesamt ist das natürlich noch überhaupt nicht schön. Der Benutzer weiß ja gar nicht, was er hier eingeben soll. Also machen wir noch ein kleines bisschen mehr Arbeit. Und zwar schreiben wir jeweils ein Label davor. Label ist auch ein HTML-Take. Also wir machen heute im Moment in diesem Video nur HTML bislang und gar kein JavaScript, wie ihr gerade merkt. Dann habe ich hier ein Label, Vorname und ein anderes Label. Das nenne ich dann eben entsprechend Nachname. Speichern, Neuladen und dann sieht das Ganze so aus. Na, das ist irgendwie auch nicht der Sinn der Sache. Irgendwie sollte das hier ein bisschen anders sein. Also müssen wir uns noch was ausdenken. Was können wir tun an dieser Stelle? Wir können die einzelnen beiden Elemente, die wir hier haben, jeweils in Div-Tags setzen. Das Div hatten wir schon kennengelernt. Das ist eine Möglichkeit, wie wir Struktur in ein Dokument hineinbekommen können. Und genau dafür nutzen wir das jetzt. Und jetzt gucken wir uns das hier drücken noch einmal an. Und schon sieht das Ganze so aus. Das liegt natürlich daran, dass ich in dem Style-Sheet das passend gemacht habe. Dass ich dafür gesorgt habe, dass das irgendwie halbwegs hübsch untereinander steht. Aber ansonsten macht das Div-Tag eben genau das. Das macht im Grunde genommen Absätze da hinein, wenn man so möchte. Eine Art Absatz jedenfalls. Auf jeden Fall, das funktioniert dann soweit. Jetzt können wir das noch ein kleines bisschen schöner machen. Wir können da noch mal ein kleines bisschen Struktur zusätzlich hineinbringen. Was jetzt für so ein einfaches Formular noch nicht notwendig ist. Aber später, wenn wir komplexere Formulare haben, interessant sein kann. Dass wir nämlich hier ein sogenanntes Fieldset einführen und dort unser gesamtes Formular hineinschreiben. Dieses Fieldset, auch wieder mit einem geeigneten Style-Sheet hier versehen, dass ich da nämlich diese Linie drumherum habe. Das sorgt jetzt also dafür, dass wir hier sozusagen ein bisschen Struktur in das Formular bekommen. Das werden wir nachher sehen, wenn wir uns noch ein komplexeres Formular angucken in einem weiteren Video. In dem übernächsten Video, um genau zu sein. Da werden wir sehen, dass solche Fields jetzt ganz handlich sein können. Wie gesagt, die müssen nicht da sein, aber das kann eben die Übersicht in komplexen Formularen zumindest vereinfachen. Man kann das auch weglassen, wenn man das nicht braucht. So, das Einzige, was wir allerdings nicht machen können, ist, dass wir jetzt auch irgendwie dieses Formular abschicken. Das muss natürlich irgendwie möglich sein. Ich muss ja irgendwie sagen können, jetzt gebe ich hier meinen Namen ein und dann soll ja was passieren. Wie sage ich das? Naja, ich muss hier zusätzlich noch einen Knopf anbringen. Eine Schaltfläche, Button und die ist vom Typ, auch hier geben wir einen Typ also an, ähnlich wie wir das gerade bei den Input-Elementen auch schon getan haben. Und hier wählen wir den Typ Submit aus. Submit bedeutet, wenn dieser Knopf gedrückt wird, dann soll das Formular, zu dem er gehört, also das umgebende Formular, submitted, also abgeschickt werden. Hier hinein kann ich jetzt schreiben, was auf dem Knopf draufstehen soll oder auf der Schaltfläche, sollte man vielleicht richtigerweise sagen. Und auch da gehört natürlich ein schließendes HTML-Tag dazu und damit sind wir fertig und wir können unser Formular neu laden und sehen, jetzt funktioniert das soweit. Ich gebe mal hier meinen Namen ein, sende ihn ab und wie wir sehen, sehen wir nichts. Warum sehen wir nichts oder was ist jetzt passiert? Wir sehen, hier oben hat sich jetzt der Name geändert, der hier angezeigt wird. Es wird ein anderes Dokument offenbar angezeigt, nämlich welches. Gucken wir mal in die Adresse hier hinein. Da steht es die Datei Ausgabe.html und oh Wunder, das ist natürlich genau die Datei, die wir hier angegeben haben. Was sehen wir aber hier hinter? Noch hinter Ausgabe.html steht nun auf einmal dieser Text hier. Fragezeichen, Vorname gleich Harald und Nachname gleich Selke. Das heißt, hier haben wir jetzt offenbar an diese andere Seite Daten übergeben. Die Daten von der Seite eben sind nun an die neue Seite übergeben worden. Nur diese neue Seite heißt damit im Moment noch nichts anzufangen. Laden wir uns die einmal in unseren Editor. Was macht die? Naja, die heißt eben Ausgabe des Namens, deshalb steht das hier oben ja auch. Aber hier drinnen passiert ja noch nichts. Und da müssen wir jetzt eben was dran machen. Ich füge hier erstmal eine Überschrift ein, damit wir wissen, womit wir es hier zu tun haben. Ich schreibe nämlich hier mal rein, das sind die empfangenen Daten. Und dann möchte ich hier hinein ein JavaScript schreiben. Und was möchte ich dort hinein ausgeben? Nun, ich möchte eben in das Dokument hinein schreiben, document.write, das kennen wir schon. Und jetzt wie üblich p-tags. Hier kommt gleich noch was hin. Da machen wir schon mal das schließende p-take hin. Und was gehen wir dort nun hinein aus? Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Und wir lernen ein neues JavaScript-Objekt kennen. Und dieses JavaScript-Objekt heißt Location. Ähnlich wie Document existiert das immer im Browser. Das heißt also, so wie wir auf Document zugreifen können, klein geschrieben, bei Document right vorne. So können wir auch auf Location, auch wieder klein geschrieben, zugreifen. Und dieses ist ein Objekt. Und wenn wir jetzt in der Referenz nachgucken, sehen wir, dass dieses Objekt verschiedene Eigenschaften haben. Und eine davon ist die sogenannte Search-Eigenschaft. Search heißt diese Eigenschaft deshalb, weil sie eigentlich dafür gedacht ist, um damit Anfragen an eine Seite zu übergeben. In unserem Fall ist das eigentlich eher eine Antwort, die wir schicken. Aber egal, das Ding heißt Search. Wir können das hier einmal speichern. Und jetzt laden wir hier drüben das Ganze noch einmal neu. Und wir sehen, dass hier jetzt tatsächlich genau das ausgegeben wird, was hier oben hinter steht. Das heißt, was uns das Search liefert, ist also genau die Zeichenkette, die hier mit dem Fragezeichen beginnend hinter den Dateinamen steht. Die wird uns also hier angezeigt. Das heißt, was wir jetzt also erreicht haben, ist, dass wir auf einer Webseite etwas eingeben und auf einer anderen Webseite etwas ausgeben können. Das Erste, was wir erreicht haben, war überhaupt erstmal, dass wir etwas eingeben konnten auf einer Webseite. Konnten wir bislang nicht. Wir hatten nur Prompt. Jetzt können wir mehr. Jetzt können wir also in ein Formular etwas eingeben. Und wir können es auf einer anderen Seite, auf der die Daten weiterverarbeitet werden sollen, ausgeben. Man könnte es auch auf dem Server weiterverarbeiten. Aber wir kümmern uns in dieser Vorlesung nicht um Server. Deshalb machen wir sowas nicht. Wir gucken also immer, wie können wir Daten an eine weitere Webseite übergeben. Das ist uns hier gelungen. Nur schön ist das natürlich nicht. Das ist ja nicht strukturiert. Wie bekomme ich da jetzt wieder den Vornamen und den Nachnamen heraus? Wenn ich dann den Vornamen und den Nachnamen jetzt in meinem Programm weiterverwenden möchte, muss ich jetzt diesen Ausdruck, den ich da habe, man nennt das wieder Parsen, analysieren. Ich kenne das von Parsint und Parsfloat schon. Hier haben wir jetzt ein anderes Parsing, eine andere Analyse, die wir vornehmen müssen. Wir müssen nämlich jetzt dafür sorgen, dass wir entsprechend hier eben den Vornamen und den Nachnamen aus dieser Zeichenkette extrahieren. Das kann man machen. Das ist auch gar nicht fürchterlich schwierig, ist ein bisschen umständlich, aber ist gar nicht fürchterlich schwierig. Das verlässlich hinzubekommen ist dann schon gar nicht mehr ganz so einfach. Wir werden stattdessen aber gleich einen anderen Weg gehen und werden uns dann im nächsten Video angucken, wie man so etwas mit Events und mit Event-Händlern macht. Damit haben wir im Grunde genommen schon alles gelernt, was ich euch für dieses Video vorgenommen hatte. Nämlich, dass wir Formulare erstellen können, im Moment nur sehr einfache, die lediglich Textfelder und einen Knopf zum Abschicken enthalten können. Wir haben außerdem gesehen, wie wir auf einer anderen Seite dann die Daten auslesen können, allerdings noch nicht in einer sehr brauchbaren Art und Weise. Tschüss, bis zum nächsten Video.